Ich wollte als Kind immer einen begehbaren Kleiderschrank, wie Hannah Montana. Das ist der aktuelle Stand und das ist mein Kleiderschrank. Ihr wisst, wo wir hinfahren. 2000 Euro für einen Sessel. Ich sitze auf dem Boden. Uh, ich mache eine coole Szene. War das gut? Der hat einen Spiegel. 3000 Euro. Ich wollte eigentlich einen WG bauen, einen Kleiderschrank. Dann ist mir aufgefallen, ich trage jeden Tag das gleiche Outfit und habe drei T-Shirts. Das reicht mir als Kleiderschrank. Aus diesen Automaten schmeckt das Wasser besser. Das ist Wissenschaft. Warum ist hier alles so teuer? Was ist da drin? Der Weg nach Narnia? Ich habe es mir anders überlegt. Wir kaufen keinen Schrank. Wir bauen so einen Schrank. Ich brauche eine süße Glitzerlampe. Die ist süß. Oder lieber die. Das ist so schön. Das sagt zu mir, kauf mich. Wir haben alles gekauft.